Hallo und herzlich willkommen zu einem Grundlagen-Tutorial zu Ableton Live von Sonic Bloom. Und zwar geht es dieses Mal um die Quantisierung und da habe ich gemerkt, dass es einfach viele Leute gibt, die es am Anfang verwirrend finden, eben weil es tatsächlich drei Arten der Quantisierung gibt. Das ist als erstes mal die globale Quantisierung, dann die Clip-Quantisierung und dann auch noch die Aufnahme-Quantisierung. So, die globale Quantisierung, wie der Name schon sagt, ist im Endeffekt für das ganze Live-Set zuständig. Erstmal, was ist eine Quantisierung? Quantisierung bedeutet, dass alle Events innerhalb von Live eben zu einer bestimmten Zeit passieren sollen. Und zwar kann man die globale Quantisierung hier oben einstellen. Standardmäßig ist die auf einen Takt eingestellt. Man sieht aber auch, wir können auch längere Werte nehmen wie zwei, vier und acht Takte oder keinen. Und dann noch Werte, die nur einen halben Takt, halbe Note, halbe Note Triolen, Viertel und so weiter und so fort bis zu einem 32. So. Das ist erstmal die globale Quantisierung. Da sollte man einfach gucken, was gut funktioniert. Die meisten haben es tatsächlich, glaube ich, auf einen Takt eingestellt. Ich zum Beispiel habe es auf zwei oder vier Takte bei Live-Performances eingestellt, eben weil ich üblicherweise anders hingehen muss, um ein Instrument aufzunehmen und zu spielen, was dann aufgenommen werden soll. Und das heißt, wenn ihr produziert und da auch zum Beispiel zum Keyboard oder zu irgendeinem anderen Instrument, zum Synthesizer müsst und euch ein bisschen vorbereiten wollt, dann sollte es vielleicht ein bisschen mehr als ein Takt sein. Oder was natürlich auch möglich ist, dann die Vorzählzeit einzustellen. So. Dann hatte ich gesagt, es gibt die Clip-Quantisierung. Und die gibt es natürlich in allen Clips, sowohl Audio- als auch Mini-Clips. Und ich habe hier einfach mal schon einen reingezogen. Und hier unten können wir dann hier auf dieses kleine L gehen. Und da kommt die Launchbox. Und hier können wir erstmal sehen, hier können wir die Quantisierung einstellen. Und die ist standardmäßig. Und zwar können wir das hier einstellen unter Recop-Launch. Standard-Launch-Quantisierung. Auswählen, was wir wollen. Global ist tatsächlich oft gar nicht schlecht. So. Sagen wir mal, wir haben jetzt die globale Quantisierung auf einen Takt eingestellt. Das heißt, das gilt dann für alle Clips, die auf global bei der Clip-Quantisierung eingestellt sind. Beziehungsweise auch bei solchen Sachen, dass wir innerhalb von einem Clip irgendwie an eine andere Stelle springen wollen. Oder auch in der Arrangement-Ansicht dann an der Zeitleiste. Das heißt, das würde auch genauso auf diese einen Takt-Quantisierung dann jetzt reagieren erst. So. Was ist jetzt, wenn wir zum Beispiel so ein Clip zum Stottern abspielen wollen, sollten? Dann können wir das so machen, dass wir eben hier einen eigenen Wert aussuchen. Das heißt, wir können das hier auf ein 32. für extreme Stotter-Effekte einstellen. Oder wenn wir tatsächlich bei dem einen Clip das brauchen, dass der erst immer nach vier Takten wirklich definitiv einsetzt und nicht zwischendrin, weil das eben ganz konkret sonst komisch klingen könnte, wenn man es an der falschen Stelle launcht, dann sollte man das vielleicht auf vier Takte einstellen oder so. So. Das heißt, man kann das dann innerhalb vom Clip von den Einzelnen immer noch einstellen, wenn es was anderes haben soll als die globale Quantisierung. So. Und als letztes kommen wir noch zur Aufnahmequantisierung. Und die Aufnahmequantisierung ist, wie der Name schon sagt, für die Aufnahme zuständig. Und zwar kann man dann einstellen, zu welchem Wert Midinoten quantisiert werden sollen. So. Und das können wir hier oben. Quantisierung bei der Aufnahme. Momentan ist keine Quantisierung eingestellt und dann könnten wir hier diese Werte auch einstellen. Das heißt, Viertelnoten und so weiter. Da sollte man aufpassen, dass man nicht zum Beispiel Achtelnoten ausgewählt hat, aber plötzlich Sechzehntelnoten einspielt. Dann werden die nämlich definitiv verschoben, obwohl die vielleicht ganz sauber gespielt sind. Das heißt, in dem Falle, wenn wir das einschalten, jetzt nicht keine Quantisierung, sondern irgendeinen anderen Wert einstellen, dann könnte ich jetzt einfach Midi einspielen. Das kann ich vielleicht gleich mal vormachen. Und dann suchen wir hier noch mal was aus. Sagen wir mal Achtelnoten und ich spiele hier schnell mal was ein. Und da sieht man, dass das gleich eben quantisiert worden ist. Und hier zum Beispiel war das dann doch nicht die richtige Einstellung, weil es eben zwei Noten auf einmal aufgenommen hat und ich aber immer nur eine Taste auf meinem Computer-Keyboard in dem Moment jetzt gerade eben gedrückt hatte. Das ist also der Unterschied zwischen den verschiedenen Quantisierungen. Ich hoffe, dass ihr fandet das nützlich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Falls du neu bei Ableton Live oder Push bist, dann schau dir meine Online-Videokurse an. Mehr Informationen findest du auf meiner Webseite sonicbloom.net-de-kurses.